Es brechen neue Zeiten an im Elbland Klinikum Riesa. Das zentrale Thema Neubau steht medizinischen Neuerungen nicht im Weg. Robotergestütztes Operieren ist wesentlicher Teil des Innovationszieles der Elbland Kliniken Gruppe am Standort Riesa. Im Mittelpunkt der Patient. Das ist eine Technik, die jedem zur Verfügung steht. Das heißt, das ist eine Operationstechnik, die ganz normal, auch unabhängig von Versicherungsstatus oder Krankenkasse oder ähnliches, angeboten wird. Die lediglich im Wesentlichen dem Wohl des Patienten dient. Also einfach eine sehr fortschrittliche, sehr patientenschonende Verfahrensweise darstellt. Und letztendlich gibt es da keinen Unterschied bei den Patienten. Wenn die Methode nicht angewendet wird, dann hat es Gründe, die mit dem Patienten zusammenhängen. Also dass die Methode für ihn in bestimmten Fällen nicht geeignet ist. Das kann immer mal passieren. Nicht jede Methode ist für alles geeignet. Aber grundsätzlich steht die Methode jedem Patienten offen. Dr. Christian Freund wird in Zukunft das neue Robotikzentrum der Elbland Kliniken in Riesa anführen. Urologie, Gynäkologie und Chirurgie sollen in Zukunft mit der für Deutschland noch neuen Technik arbeiten. Dr. Christian Freund wechselt von Texas nach Sachsen. Hier hat er sich einiges vorgenommen. Wie bei allen Dingen liegen Chancen und Risiko eng beieinander. Ich würde mein Möglichstes tun, um die Patienten gut zu behandeln, als wenn es Mitglieder meiner Familie wären. Also hoher ethischer Standard. Es ist mir wichtig zu betonen, dass trotz aller technischer Revolutionen, die wir haben, trotz allem das Arzt-Patient-Verhältnis das Wichtigste ist und bleibt. Und wir müssten im persönlichen Gespräch entscheiden, um was geht es hier, was ist die Empfehlung. Es ist auch nicht so, dass der Roboter für alle Patienten geeignet ist oder für alle Erkrankungen. Also es geht darum, im persönlichen Gespräch abzuklären, was möglich ist. Und das würde ich gerne tun. Als einziger Standort in Deutschland verfügt Riesa über eine doppelte Operateurskonsole. Dadurch können bei Bedarf zwei Operatöre gleichzeitig robotische Instrumente bedienen. Optimale Bedingungen auch für die Ausbildung. Für die Ausbildung ist es ein Schritt. Und das erhöht die Attraktivität für Kollegen, die so eine Ausbildung suchen. Es gibt in der Bundesrepublik ganz, ganz wenige Stellen, an denen man eine Chance hat, in der Art ausgebildet zu werden, in der speziellen Technik. Und das heißt, es stellt praktisch ein Alleinstellungsmerkmal dar, in Sachsen auf jeden Fall, auch deutschlandweit. Und es gibt Kollegen, die das suchen, so wie Dr. Freund vor einigen Jahren nach den USA gegangen ist, um das lernen zu können. So wird es auch ein Deutschlandkollegen geben, die das suchen. Und das wird sich auch auf andere Fachgebiete auswirken. Ich finde, das ist ein schöner Aspekt an der Sache, dass wir ausbilden können, was andere nicht ausbilden können. Das Robotiksystem besteht aus einer Bedienkonsole, von der aus der Chirurg im OP die Maschine filigran lenkt. Die Befehle des Operateurs werden gleichzeitig von der sogenannten Behandlungskonsole ausgeführt. Durch minimale Hautschnitte werden kleinste Instrumente und Kameras in den Patienten, der sich in Narkose befindet, eingeführt. Die Methode gilt als sehr schonend für den Patienten.